so hier noch mal ein kleines video über unsere allzweckwaffe ja was ist dabei hier so ein grillrost ein bisschen was flaches für eier oder speck und dann noch zwei von den teilen da kann man schöne töpfe darauf tun also eine komplett allzweckwaffe der grill hat zwei flammen so sieht er von unten aus hier ist der pizzo zünder ich habe den grill ohne schlauch und ohne druckminderer bestellt das ist die 50 milibar version ja dann schließt ihr mal an das ist der schlauch und der druckminderer so 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 fest ist er ja dann wollen wir mal starten puller aufdrehen brennt also warum haben wir uns entschieden den grill zu holen weil der total easy ist also leicht zu reinigen nicht viele teile die man reinigen muss keiner als fett auffangschale oder so das ist alles hier inbegriffen das fett läuft in den vertiefungen rein man hat gegebenenfalls nur das teil was man benutzt sauber zu machen und mal einmal mit dem lappen über den ganzen grill und das war es dann auch schon und man kann halt noch mehr machen man kann grillen man kann mal noch rührei mit bacon machen man kann töpfe drauf machen kann man kann nudeln machen oder irgendwelche anderen gerichte also die wäre einsetzbar grillen ist natürlich jetzt kein richtiges grillen hier mit der platte aber irgendwo muss man ja kompromisse eingehen also um zu den temperaturen es gibt aus vollgas und auf kleine flamme der pizzi sind da der andere der brenner unten drunter so ich lasse es mir jetzt schmecken ich hoffe ihr konntet euch einen eindruck machen von dem grill über den daumen hoch würde ich mich freuen so dass wir jetzt fertig sind die erste neu ist die 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 Vielen Dank.